Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Veronika vom Lesbisch-Freund-Stadtfest. Ich bin hier jetzt bei der Anne Wandel und dem Doktor Frederik Brauer. Das sind zwei Zahnärzte von der Zahnarztpraxis Brauer und Lehmensie hier im Kiez. Ich bin hier jetzt kurz mal stehen geblieben, weil ich das ganz lustig fand. Vielleicht erst mal, wir duzen uns ja, ne? Erst mal so zu dir die Frage, was bringt eine Zahnarztpraxis dazu, sich auf dem Lesbisch-Freund-Stadtfest zu präsentieren? Also wir gehen selbst zur Community, unsere Patienten sind hauptsächlich aus der Community und da wir um die Ecke sind, haben wir gedacht, dass wir hier mal ein bisschen unsere Praxis bewerben. Und jetzt mal unabhängig davon, dass wir die Zahnarztpraxis Brauer und Lehmensiegelstopf finden euch in der Potsdamer Straße, dass ihr hier um die Ecke seid. Wenn ich in eure Praxis komme, was ist das Besondere, was ihr bietet? Also worauf wir spezialisiert sind, ist eine minimalinvasive oder noninvasive Verschönerung der Zähne. Das heißt also, dass die Zähne überhaupt nicht beschliffen werden, dass sie komplett gesund bleiben und man nur etwas aufträgt auf die Zähne. Genau, und vielleicht magst du das mal zeigen hier. Hier sind mal so Beispiele. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Hier sind Beispiele vorher. Sehr lückig die Zähne. Und dann wird nur an diese Zähne etwas angetragen und dann sind die Lücken weg. Hier oben sieht man so eine Zahnfehlbildung. Da wird etwas angetragen. Dieses kleine Zähnchen bleibt unbeschliffen. Und am Schluss sieht es aus wie ein etlichtiger Zahn. Und das machen relativ wenige Zahnärzte in Berlin. Und darauf sind wir spezialisiert. Okay. Und es ist auch wesentlich günstiger als ein Keramik wie hier. Und weniger Schmerzen, ne? Gar keine Schmerzen. Es ist nur eine langweilige Sitzung. Also es dauert relativ lange. Und wenn du sagst, es ist günstiger als konventionelle Methoden. Wie viel Prozent günstiger? 50 Prozent? 50 Prozent günstiger mit dieser Methode. Ja, weil die ganzen Laborkosten wegfallen. Also sonst muss man ja einen Abzug machen. Es wird ein Labor geschickt. Das Labor fertigt die Arbeit an. Dann kommt ein neuer Termin. Das ist eingesetzt. Es fällt alles weg. Weil es in einem Termin war. So, das war jetzt ganz spannend. Ich habe mich hier gerade mit der Anne und dem Frederik ein bisschen unterhalten. Wer sich noch mehr interessiert für diese innovativen Behandlungen, die die Praxis Brauer und Limmensieg euch bietet, Ihr findet mehr unter www.prophylaxe-arzt.de Und natürlich findet ihr auch die netten Zahnärzte noch am Sonntag, den ganzen Tag, genauso wie heute den Samstag, auf dem Lesbisch-Schulen-Stadtfest. Und vielleicht helfen wir uns ja auch. dann klicken wir uns ja auch zum nächsten Mal. Halb 快ier! beiisis. Mir止 hood les